Haha, hallo YouTuber, Facebooker, wie versprochen, heute hänge ich am Baum. Das sind die berühmten Steigeisen. Da kommt mal fast jeden Baum mit drauf. Ist nur ein bisschen gewöhnungslos. Man muss die Gurt rechnen. Allerdings die Äste da oben, die machen mir Sorgen. Naja. 5,5 cm. Wir wollen nicht wieder weg, meckern, wenn es verpackelt ist, das ist nun mal so. Jetzt wird der Baum nicht zu schmal für die Steiger ein. Ich gehe noch nicht weiter wegen dem Essen. Der Trum wäre besser. Der Fröde ist natürlich immer leichter. Die Spanikasai, meckern. Zeig es einfach. Wir müssen nicht testen. Ich zeig es einfach. Wir müssen nicht ansteigen. Wir müssen gag. Ich ziehe der Bröden in den Abente des Bahts. Wir müssen wohl noch nach vorne wegdrehen. Ich glaube, ich werde viele Grasen lassen. Von der Bundeskosten. So, das war alles mal raus. Bis denn, tschüss.